Hey, ich bin V. Erdings von den VR-Nerds und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu VR Weekly, dem Wochenrückblick auf die VR-Welt. Auch in dieser Woche haben wir natürlich die wichtigsten News für euch, also bleibt einfach dran. Viel Spaß dabei! John Carmack kündigte indirekt auf Twitter die Gear VR 2 mit Inside-Out-Tracking an. So sagte Carmack, dass das aktuelle Tracking noch Probleme beim Springen bzw. bei der Landung hat. Außerdem sagt Carmack, dass Oculus mit einer zusätzlichen Kamera arbeitet und man daher nicht darauf hoffen soll, dass diese Technologie als Update für die bestehende Gear VR nachgereicht werden wird. Mit dem Inside-Out-Tracking wäre es möglich, sich frei mit dem Headset in einem Raum zu bewegen und zwar ohne lästige Kabel. Besonders interessant ist diese Information, da das Note 6 vermutlich über einen USB-C-Anschluss verfügen wird und somit vermutlich sowieso eine neue Gear VR braucht. Daher könnte es passieren, dass wir auf der nächsten Connect die Gear VR 2 mit Inside-Out-Tracking sehen werden. Weniger als 7% der Menschen in Deutschland werden sich ein VR-Headset in den nächsten 6 Monaten kaufen. Dies geht aus einer Befragung von NewZoo hervor. Die Daten beruhen auf einer Online-Befragung mit 2000 Personen zwischen 10 und 65 Jahren. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das Interesse am Kauf eines VR-Produktes in Deutschland relativ gering. In Spanien planen 16% den Kauf und in den USA 12%. Das größte Kaufinteresse besteht bei Menschen, die sich für E-Sport interessieren. Unter den E-Sport-Begeisterten haben mehr als 50% ein Interesse an dem Kauf eines VR-Headsets. Vom Budget für Hardware ist dies aber weniger abhängig, denn in Spanien geben die Menschen weniger Geld für Hardware aus als in den USA oder in Deutschland. Mit V wird es bald ein universelles Dashboard geben, welches euch alle Apps, die ihr täglich braucht, in die virtuelle Realität holt. Somit seid ihr mit dem Headset nicht mehr abgeschottet von der restlichen Welt. Ihr könnt beispielsweise Twitter checken, einen Skype-Anruf tätigen oder ein YouTube-Video einblenden. Dies geschieht auf Wunsch während des Spiels. Die Anzeige im Spiel ist mit dem Screen eines Smartphones vergleichbar, welches ihr aber in der virtuellen Realität nicht anschauen könnt. V wird mit allen Unreal- und Unity-Spielen kompatibel sein und für die Rift und die HTC Vive erscheinen. Aktuell könnt ihr euch für die Beta anmelden. Nvidia hat nun offiziell die GTX 1080 und die GTX 1070 vorgestellt und bringt mit den neuen Karten zwei Flaggschiffe auf den Markt, die den Namen wirklich verdient haben. Wenn man Nvidia glauben darf, so ist die GTX 1080 so schnell wie zwei GTX 980 bzw. sogar mehr bei Virtual Reality-Anwendungen. Im VR-Bereich soll die Karte sogar die doppelte Leistung der Titan X bringen. Der kleine Bruder, die GTX 1070, wird leistungstechnisch bei der GTX 980 Ti liegen, jedoch deutlich günstiger sein. Die GTX 1070 wird ab 10. Juni für 379 US-Dollar und die GTX 1080 für 599 US-Dollar ab dem 27. Mai erhältlich sein. Mehr Infos zu den Spezifikationen findet ihr in der Beschreibung. Die Oculus Rift ist bzw. war gestern im Einzelhandel in den USA angekommen. Die meisten oder alle Best Buy-Filialen sind aber mittlerweile ausverkauft. Dieses Vorgehen ist für alle Vorbesteller, die noch auf ihre Rift warten, ein Schlag ins Gesicht, denn es ist fraglich, warum Oculus nicht zunächst die eigenen Vorbestellungen abgearbeitet hat. Kommen wir zu den Kurznachrichten. New Retro Arcade wird in einer neuen Version mit dem Namen Neon auf Steam veröffentlicht werden, welche speziell an die HTC Vive angepasst ist und einen Multiplayer-Modus bietet. Zotac zeigte in dieser Woche einen Mini-PC im Rucksack, welcher für Virtual-Reality-Anwendungen gedacht ist. Spezifikationen gibt der Hersteller aber noch nicht bekannt. Mit Funhouse bringt Nvidia demnächst eine Sandbox auf Steam, welche die neuen Vorteile und besonderen Physics-Feature der neuen Nvidia-Generation in den Vordergrund stellen soll. Das war es auch schon wieder mit WeAreWeekly für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Wir würden uns darüber sehr freuen. Und jetzt ab in die Sonne mit euch. Hier draußen ist es nämlich wirklich schön. Bis bald. Bis bald. Bis bald.